Du willst es, du hast es. Los geht's! Wahrscheinlich mit Travis Baker, da das ganze ja das letzte mal ziemlich gut lief, unentdeckt und da so, also von daher denke ich das könnte gut laufen. Aber mal schauen. Travis Baker darf einfach um jeden Preis nicht sterben. Nacht hat fallen und die Quiescent-Shops erwarten uns. Beware of the value of the loot. Fokus auf Qualität. Ja. Wir machen es einfach wieder wie beim letzten mal. Hey Tim kann man nicht hacken, schade. Goddamn Guard! Kamera! Die Guards sind wahrscheinlich wieder gleich wie beim letzten mal aufgestellt. Ob es eine Party diesmal gibt weiss ich nicht. Müssen wir schauen. Weil deshalb konnten wir ja nicht die ganze Street Mall ausnehmen. Aber heute sieht es sehr ruhig aus. Und auch hier auf der Strasse sieht es ziemlich ruhig aus. Hat's hier drinnen eine Security Cam? Im Moment. Vom fest. OK, die ist gleich vorm Eingang. Das ist doof. Wie sieht's hier aus? Kamera! Können sie natürlich zerstören, aber das könnte Aussehen erregen. Stupid fucking guard here. Surveillance camera. There we go. Hold on. Ach du Scheisse. Da kommt er plötzlich einfach. Das war mega knapp. Oh shit. Bullshit. Alter. Junge war das knapp. Kommt der andere einfach. Aber zumindest ist die Tür jetzt offen. Was macht die jetzt? Die sagt das so laut. Wir müssen doch ein anderes Ding suchen. Die Tür ist zu heikel. Kamera hier. Hier sieht es halt eigentlich gut aus bei dieser Tür. Du hast ihn mit einer. Hier ist eine Kamera. Looking an a rennacop. Uh, hello. Looking at a rennacop. There we go. Hier ist eine Kamera. Nee, der sieht mich, wenn ich da reingehe. Oder hochgehe, besser gesagt. Doof, 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 doof. Sorry, dauert gerade ein bisschen länger als üblich. Aber ich werde jetzt versuchen, so ziemlich leise zu machen, wie es geht. Die Leute hier vorne sind weg, aber ich glaube, der Guard kommt doch gleich wieder, oder nicht? Können natürlich auch durchs Fenster einbrechen, aber es ist natürlich laut. Ich habe hier einen Guard. Hat er den Guard hier? Oder? Es ist eine Waffe, von mir. Den Mit it. kennst es dich. 창ste � baptisch hängen. einen Kellerzugriff gibt es nicht also Zugang das wäre noch nice gewesen eigentlich so einen unterirdischen Zugang ja pssst ja pssst jetzt eigentlich sofort in den Raum wo die Kameras sind gut effort with the camera but they have taken notice the guards are paying attention tighten up shh hier ist eine Kamera scht 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 Gut, das ist gut. Du bleibst schon hier. Okay, das hört man. Okay, man kann's lockpicken, das ist gut. Ich muss aufpassen, dass mich draußen niemand sieht. Ich habe einen. Es wird eigentlich nice, wenn man das Licht ausschalten könnte. Okay. Das ist jetzt doof. Es lief so gut. Oh. Oh. Ich bin hier. Officers on route. Copy. Cops on the way. Okay. Got it. Jetzt. Ja. 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 What the loot inside? Are we having fun yet? There it is! They're waiting for reinforcements. Push them, now! Get down! And I don't mean dance! On it! Come out, losers! Shoot them! Entry team pull back. All teams advise caution. Area is still hot. Proceed with caution. You have a break in combat. Oh, wow. Put some fucking hair on your chest, punk. One in. Two. Is that it? This one's coming with me. Full! Ready to go. Let's go get some more bags! Reloading! Fucking done! Stay focused. You can still accomplish your mission. You have a vehicle full of SWAT arriving. Van on the inbound. Copy. Switching mags! Let's go! Let's go! Let's go! Ja, wir gehen! Your Specialist on the way. Be ready. A nominal success. Wir gehen! Das reicht! I hope we're pros to be lurative. Alter, es lief so gut am Anfang. Überfall auf Stripmall Erfolg. Am Schluss war es ein bisschen hektisch, aber es lief gut. 17.000 Bargeld und extra Beute 10.000. Okay, schade. Optional Ziel fehlgeschlagen. Wegen einem Team aus zwei oder weniger Crewmitglied. Ach so, okay. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gelesen. Aber ist ja egal. Wir haben es trotzdem geschafft. Ob wir jetzt drei oder zwei Sterne haben, ist egal. Das können wir versuchen, mit elf Lass. Läuten. Aber ob wir da heil rauskommen, ist eine andere Frage. Für 19.000. Dann haben wir zwar wieder fast gar kein Geld. Aber ich würde es versuchen. Ein Versuch ist es wert. Das ist ein ganzes Land war. Der einzige guter Riders ist ein deader. Das Hande diese fucking Basterne den Beaton, die nicht gehen wir weg von. Was? Möing! Ich müsste mal schauen wie nah Kampf ist. Okay, Angriff auf Gebiet erfolgreich, aber wir haben 4 Leute verloren. Na ja gut, es lief halbwegs, okay. Oh shit, 6 Soldaten verloren. Und gerade mal 5.000 Beute, aber 4.000 tägliches Einkommen. Detective Mark ist auf den Straßen unterwegs und bekämpft Aktivverbrechen. Das werden wir nie erreichen. Mal kurz mal im Versteck schauen, wie die Preise aussehen. Immer noch beschissen. 14.000, 3.000, 4.000, 8.000. 30.000. Aber wieso gehen die Preise immer weiter runter? Das nervt mich ein bisschen. Der hat eine Granate, können wir auch Granate kaufen? Der kann keine Granate haben, wie es aussieht. Weil ich würde Granaten eigentlich fast besser finden, als irgendwie Steine oder sonst irgendwas. Aber das kann wohl nicht jeder haben. Klar, Steine können Ablenkungsmanöver sein, aber... Trotzdem. Nochmal drei neue Soldaten. Dafür sind wir jetzt pleite. Die Lagerhalle müssen wir das nächste Mal machen. Und auch die Drogen... Und auch die Drogen... Detective Mark... Ein kleiner Drogenboss, der in die Stadt kam, um sein Geschäft zu erweitern, hat nun die Chance, seine wildesten Träume, die ganze Stadt für sich zu übernehmen, zu erfüllen. Das Glück begünstigt die Mutigen, aber andererseits auch das Leichenschauhaus. Connected. Sieben Gebiete, Stufe 1 Feindselig Yellow und Khan Feindselig Dollar Dragon Neutral, Don Barbaro Neutral. Dann haben wir Khan. Als angeblicher Nachkomme des grossen Genghis Khan, will Khan mit seiner mächtigen Biker-Gang Fahrer als Regieren... Regier... Regieren? Alles Regieren, sorry. Was ihm in den Blick fällt. Hart und rau. Ohne Gnade für alle, die ihm bei seiner Eroberung von Rocky City über den Weg laufen. Sechs Gebiete, Stufe 1 Neutral zu allen. Yellow, ein Partyboy mit einem Händchen fürs Geschäft. Er scheint nichts ernst zu nehmen und geniesst die Freuden des Lebens. Aber lass dich nicht täuschen. Hinter seinem heiteren Auftreten verbirgt sich der durchtriebene Verstand eines fähigen Anführers. Fünf Gebiete, Stufe 1. Unfreundlich Neutral Neutral Neutral. Was haben wir für eine Armeestufe? Armeestufe 1. Dollar Dragon. Dollar Dragon, ehemals rechte Hand des verstorbenen Königs, versucht den Tod seines Bosses zu rächen und die frühere Ordnung wiederherzustellen. Er ist ein vernünftiger Mann der alten Schule. Aber er hat keine Geduld, den Blödsinn von irgendjemandem zu tolerieren. Neun Gebiete, Armeestufe 2 und zu allem Neutral. Neutral Don Barbaro. Sorry, Don Barbaro. Italiener neigen dazu, für sich zu bleiben und so lange zu spuren, wie es ihnen passt. Sie packen die beste Ausrüstung ein und handeln hauptsächlich mit Hightech-Artikeln. Drei Gebiete, Armeestufe 3 Neutral zu Baker und zu den anderen Gruppen Waffen Stillstand gerade. Und Sheriff Chuck Norris kam mit einer einzigen Mission in die Stadt, alle Kriminellen auszulöschen und dauerhaft für Recht und Ordnung zu sorgen. Wie man es auch anders kennt von Chuck Norris. Was du über den Mann gehört hast, zeigt, dass er das Unmögliche zum Frühstück ist und fest davon überzeugt ist, es möglich zu machen. Ermittlungen zu Baker abgeschlossen 20%. Okay, wait. Heisst das nun, wir haben eine gewisse Anzahl Tage Zeit? Oder eine gewisse Anzahl Mission Zeit? Bis wir Sheriff Norris treffen und dann vielleicht irgendwie ein Stand-Off haben? Detectives, Detective Mark. Polizeistufe 1 Druck niedrig. Könnte möglich sein. Okay. Im Bezirk Flamingo unterwegs. Naja. Mal schauen, wie es weitergeht. Naja. Naja. Dich. Pulal. Geräusche. Naja. Naja. Dich. Gitarre. Naja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020